Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Juni. Kein Zutritt mehr für Rechtsextremisten in den Landtag in Mainz, Sommervorbereitung von Mainz 05 und Prozess um Bluttat in Bingen-Büdesheim. Das und mehr heute im Podcast. Künftig sollen Extremisten keinen Zutritt mehr zum Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz haben. Dazu hat der Landtag wie angekündigt seine Hausordnung geändert. Die neue Hausordnung gilt ab dem 15. Juni. Mitarbeitende der Fraktionen, die eine Gefahr für Leib und Leben der Abgeordneten darstellen, die gegen die Würde des Parlaments verstoßen oder die Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Landtags gefährden, erhalten künftig keinen Zugang zum Plenarsaal sowie zu anderen sensiblen Bereichen, erläutert der Landtag am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter werde überprüft, bevor sie die erweiterte Zutrittsberechtigung für alle Gebäude des Landtags, insbesondere zum Deutschhaus, bekommen. Hintergrund für die schärferen Sicherheitsvorkehrungen seien die zunehmende Bedrohungslage insbesondere durch den Rechtsextremismus und die laut Landtagspräsident Hendrik Hering immer umfangreicher nachgewiesenen Verbindungen von AfD-Mitarbeitenden ins rechtsradikale Milieu. Der internationale Härtetest in der Sommervorbereitung hat Tradition beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05. So mancher Top-Club schaute in den vergangenen Jahren in Rheinhessen zur Saison-Generalprobe vorbei, der FC Liverpool, der FC Sevilla, Athletic Bilbao oder West Ham United. Vor einem Jahr testeten die 05er gegen den damals noch vom neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany gecoachten Premier-League-Aufsteiger FC Burnley. Am Samstag, 10. August, also knapp zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt und eine Woche vor dem DFB-Pokal-Erstrundenmatch beim SVWW, erwarten die 05er nun den französischen Erstligisten HSC Montpellier in der Mewa Arena. Die Südfranzosen schlossen die vergangene Saison als Zwölfter ab. Der Härtetest im August wird eine Premiere. Noch nie haben sich die Mainzer und Montpellier gegenübergestanden. Darüber hinaus hat Mainz ein weiteres Testspiel vereinbart. Das Team von Trainer Bo Henriksen trifft am Samstag, 27. Juli im Bruchwegstadion auf Zweitliga-Aufsteiger Preußen-Münster. Ein Streit unter Nachbarn war am Mittag des 9. Oktober letzten Jahres der Auslöser für eine blutige Begegnung in Bingen-Büdesheim. Ein 26-Jähriger wurde damals mit 17 Messerstichen getötet. Zwei weitere Männer wurden mit dem Messer und einer Mistgabel schwer verletzt. Am Mittwoch hatten die Polizisten das Wort, die als erste am Tatort in der Johannisstraße vorfuhren. Auf der Anklagebank vor dem Mainzer Schwurgericht muss sich seit der vergangenen Woche ein in Hand- und Fußfesseln vorgeführter 32-Jähriger wegen Totschlags, versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung verantworten. Das verstorbene Opfer habe den Angeklagten wegen eines vorangegangenen Streits zur Rede stellen wollen. Dazu sei der 26-Jährige ausgestiegen und habe sich dem Mann entgegengestellt. Sofort habe dieser mit einem Messer zugestochen, so oft, dass das Opfer keine Chance hatte. Es verblutete noch am Tatort. Ein Kollege von ihm wollte noch zu Hilfe eilen, wurde aber ebenfalls mit Messerstichen attackiert, weshalb er wieder in das Auto sprang. Der Prozess wird fortgesetzt. Heftige Kollisionen, tolle Tore und viele Prominente. Die Autoball-EM sorgte auch in diesem Jahr für jede Menge Spektakel. Fast fünf Millionen Menschen verfolgten am Samstag das Event in Düsseldorf vor den TV-Geräten. Mit dabei war auch der Motorsportclub Crazy Horses Hofensteden. Mitglieder des Vereins kümmerten sich zwischen den Spielen um die Reparaturen der Fahrzeuge. Angefangen habe die Kooperation mit der Produktionsgesellschaft Brainpool und mit ProSieben Jahr 2002, sagt Florian Scheu. Damals habe Stefan Raab den Club gefragt, ob man sich vorstellen könne, zwölf Autos für ein Stockcar-Duell herzurichten. Seitdem seien sie mit an Bord. Bis 2010 waren wir dann an der Stockcar-Crash-Challenge und in den Jahren 2008, 2012, 2014 sowie 2022 an den Autoball-Turnieren beteiligt. Und auch in diesem Jahr erhielt der Verein eine Anfrage. 28 Autos sollten anschaffen und diese für die Autoball-Europameisterschaft umbauen. Die Kosten wurden von der Produktionsgesellschaft übernommen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat wieder den Goldene Windbeutel an Unternehmen für die dreisteste Werbelüge des Jahres vergeben. In diesem Jahr hat Foodwatch fünf Produkte nominiert, die exemplarisch für Etikettenschwindel im Supermarkt stünden. Bis zum 30. Juni können Verbraucher auf www.goldenerwindbeutel.de ihren Favoriten für den Preis wählen. Prominent beworbene Zutaten, die nur in winzigen Mengen vorhanden sind, hochverarbeitete Zuckerbomben, die für viel Geld als gesund verkauft werden und Shrinkflation-Mogelpackungen, bei denen die Hersteller still und heimlich den Inhalt schrumpfen. Statt auf ehrliche Produkte würde die Lebensmittelindustrie vielfach auf Verbrauchertäuschung setzen, wie Rebecca Siegmann von Foodwatch erläutert. Die fünf nominierten Produkte sind Alete bewusst Obstis Erdbeere-Banane mit Joghurt, heiße Tasse Champignon-Creme, Langnese Cremissimo Bourbon Vanille, Offset Nutrition Pretty Little Meal Bar und Veganer Schinkenspicker Mortadella. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.